Servus, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zocken wir mal eine Runde Hidden Lands. Let's go! Oh, das sieht schon mal gut aus. Komm schon, gönn. Eigentlich. Ja, komm. Komm wieder zwei, müssen wir mal drei quillen. So, zwei Euro nehmen wir mit. Hoppitz, schauen wir mal die Freispiele hier raus. Komm schon. Ja, wir gehen jetzt voll auf die Freispiele hier. Ah, wieder noch zwei. Komm schon. Nur klein Gramm. Oh, komm schon. Wow, wieder zwei. Hoppitz, hau mal drei raus. Ja, hopp, komm schon. Ah, ist ja vorbei geflutscht. Auch noch gesehen, ey. Wieder zwei. Wieder zwei. Oh, was geht das mal? Natürlich nix. Ah, wieder zwei. Oh, er geht nicht mal hoch. Ja, hopp, jetzt. Aber jetzt muss er geben. Komm. Komm schon. Alter. Oh, Mann ey. Ich dachte, er geht hoch. Das war's. Das war's. So schnell sind 80 Euro weg. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.